Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das sollten Sie probieren Was, was ist das? Gut, und jetzt müssen Sie bitte die Bohnen ins Sieb abholen Natürlich Zurück in den Kupferdorf Beiden Händen Rausheben, keine Angst, einfach raus damit Genau so, drin, erledigt Ja, sehr gut Mal weiter so, das ist sehr gut Ja Ich hab mit den Bohnen geredet So gut Sehr gut Sowas hab ich noch nie gegessen Oh ja, das ist gut Ja Sekunde Dankeschön Das An, das Sie gemacht haben, ist es gut angekommen Er hat gelächelt Wie ist das schön